Eine Funktionsstörung der Aortenklappe liegt vor, wenn sie nicht mehr ausreichend dicht schließt oder sich nicht mehr weit genug öffnet. Man spricht von Aorteninsuffizienz und Aortenstenose. Bei einer Verengung der Aortenklappe, einer Stenose, kann sie sich nicht mehr weit genug öffnen. Dies behindert die Austreibung des Blutes aus der linken Herzkammer in den Körperkreislauf. Die häufigste Ursache einer Verengung der Aortenklappe ist ihre altersbedingte Verkalkung. Aber auch angeborene Klappenfehler oder Vernarbungen nach einer Entzündung können zu einer Stenose führen. Eine Stenose der Aortenklappe bedeutet, dass die linke Kammer einen höheren Druck erzeugen muss, um weiterhin die gleiche Menge Blut in den Körperkreislauf zu pumpen. Auf Dauer kommt es dadurch zunächst zu einer Verdickung und schlussendlich zu einer Linksherzerweiterung, einer irreversiblen Herzmuskelschädigung mit Schwächung der Pumpleistung. Langfristig kann auch die Mitralklappe in Mitleidenschaft gezogen werden. Die Betroffenen leiden unter reduzierter körperlicher Belastbarkeit, Atemnot und Ohnmachtsanfällen. Es kommt zu Palpitationen, das heißt Herzaktionen, die vom Patienten selbst als ungewöhnlich schnell, kräftig oder unregelmäßig wahrgenommen werden. Herzstolpern und Strömungsgeräusche treten auf. Ein Lungenödem kann sich bilden, umgangssprachlich auch als Wasserlunge bezeichnet. Schließt die Aortenklappe nicht mehr ausreichend dicht, liegt eine Insuffizienz vor. Dabei strömt bereits in die Aorta gepumptes Blut durch die schlussunfähige Klappe wieder in die linke Herzkammer zurück. Zu den Ursachen für eine undichte Aortenklappe zählt die Vergrößerung des Klappenringes als Folge einer Erweiterung der Aorta oder einer angeborenen Bindegewebsschwäche. Zu kurze oder eingerissene Klappentaschen, die nach einer bakteriellen Infektion auftreten können, führen ebenfalls zu einer Insuffizienz. Durch den Rückfluss von Blut bei Insuffizienz der Aortenklappe kommt es zu einer erhöhten Volumenbelastung der linken Herzhälfte. Der Herzmuskel dehnt sich aus. Die von der undichten Klappe verursachte Pumpschwäche führt zu einer Unterversorgung des Körpers mit Blut. Für die Patienten bedeutet eine undichte Aortenklappe eine Abnahme ihrer körperlichen Belastbarkeit. Das Auftreten von Herzrhythmusstörungen und Atemnot ausgelöst durch den Rückstau des Blutes bis in die Lunge. Bleib mit uk Und aus. Anstatt du die Veterans mind. Von Rang nun vom auf 1000,9 volt wird. Covid 2019 bei der Nose die Gas beinflusste. Vielen Dank.